Liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen Ankündigungsvideo. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Entwickler Duftail Games hat nun den neuen Release-Termin für die englische Strecke West Cornwall Local bekannt gegeben. Die englische Strecke West Cornwall Local sollte ursprünglich am 21. Oktober 2021 veröffentlicht werden, jedoch wurde dieser Termin kurzfristig verschoben. Diese Strecke befindet sich im äußersten Südwesten von England und verbindet die Orte Penn Saints mit St. Oestle. Außerdem wird auch der Streckenabzweig nach St. Ives dabei sein. Die Strecke hat eine Gesamtlänge von 44 Meilen, das entspricht 70 Kilometern. Die Strecke wird im Zeitraum der frühen 1990er Jahre angesiedelt sein. Und dafür werden auch die passenden Fahrzeuge dabei sein. Denn dazu zählt der Dieseltriebwagen BR-Class 150-2 in der Reconel Railways Lackierung. Sowie die Diesellokomotive BR-Class 37-5 in der Railfright Great Lackierung. Außerdem wird es ja auch zwei neue Güterwagen geben. Zum Streckendlc gehören natürlich auch die bekannten Nebenaufgaben. Der 24-Stunden-Fahrplan, Trainingsmodule für die Lokomotiven, ein Reisemodus und fünf neue interessante Szenarien. Die Strecke wird natürlich kompatibel mit dem Szenario- und Lackierungseditor sein. Außerdem gab Dovetail Games jetzt bekannt, dass es auf dieser Strecke möglich sein wird, weitere britische Diesellokomotiven und Dieseltriebwagen zu fahren. Dieser fordert jedoch den Erwerb weiterer DLCs. So soll es zum Beispiel möglich sein, auf der Weste Cornwall Local auch die Diesellokomotiven Class 40, Class 45, Class 09 und den Dieseltriebwagen Class 101 zu fahren. Dafür ist jedoch der Erwerb des DLCs Northern Transpannin, Manchester Leeds sowie des DLCs Heavy Freight Park erforderlich. Sofern diese DLCs erworben und auch installiert sind, soll es dann möglich sein, auch Fernverkehrszüge oder weitere Güterzugfahrten sowie einige Rangiermanöver auf der West Cornwall Local zu unternehmen. Der neue Release-Termin der West Cornwall Local ist jetzt am kommenden Donnerstag, dem 4. November 2021. Das DLC West Cornwall Local erscheint dann für Transim World 2 auf den Plattformen PC, Playstation 4 und Playstation 5 sowie Xbox One und Xbox Series XS. Was ist eure Meinung zur neuen englischen Strecke West Cornwall Local? Freut ihr euch jetzt auf die Strecke? Freut ihr euch auch darüber, dass es nun möglich sein wird, weitere Fahrzeuge auf dieser Strecke zu fahren? Und dass der Fahrplanmodus nun auch weitere Fahrzeuge einschließt, den Besitz dieser DLCs vorausgesetzt? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Außerdem kündigte DTG in der letzten Roadmap vom 19. Oktober 2021 eine weitere neue deutsche Strecke für TSW 2 an. Und diesmal geht es wieder nach Sachsen auf die Taranter Rampe. Angekündigt wurde die Strecke von Dresden nach Chemnitz. Diese Strecke hat eine Länge von ca. 80 km. Damit enthalten ist auch die komplette S-Bahn-Strecke der Dresdner S-Bahn-Linie S3 von Dresden nach Tharan. Wobei dort einige Züge in der Hauptverkehrszeit sogar weiter bis nach Freiberg verkehren. An Fahrzeugen ist bekannt, dass es dazu die Baureihe 143 mit Doppelstockwagen geben wird. Außerdem neu den Dieseltriebwagen Baureihe 612, auch bekannt als Regio Swinger. Die Triebwagen der Baureihe 612 bildeten bis Ende 2014 das Rückgrat im überregionalen Verkehr auf dieser Strecke und verbanden als Franken-Sachsen-Express die Städte Dresden-Chemnitz-Zwickau-Hof mit Nürnberg. Was ist eure Meinung zur angekündigten Strecke Dresden-Chemnitz? Freut ihr euch auch auf diese Strecke? Werdet ihr euch diese Strecke kaufen? Einen Release-Termin gibt es aktuell noch nicht. Ich persönlich freue mich sehr auf diese Strecke, da ich insgesamt vier Jahre aus beruflichen Gründen auf dieser Strecke unterwegs war. Und freue mich sehr, diese Strecke nun bereits im zweiten Eisenbahn-Simulator auch virtuell unterwegs zu sein. Ich danke euch wieder fürs Zuhören und fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise.